Hallöchen, Popülchen, meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich ganz herzlich, euch begrüßen zu dürfen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks live. Ja, ich spiele mal wieder selbst, ich freue mich sehr. Ich freue mich nicht, wenn ich sehe, dass die zwei Artis haben. Und gerade auf der Map, da freut sich die Art hier extremst. Und gerade da, wo ich hinfahren will, hier auf diesen Hügel, ja, da hat die Arti immer besonders viel Spaß mit mir. Schauen wir mal, wie es klappt. Sehr, sehr viele Heavies im Spiel. Zehnergefecht, nicht so schön, also da ist Potenzial für entweder viel Wutausbruch oder für viele schöne Szenen. Theoretisch alles möglich, ja. Ja, KV4, vielen Dank. Dass du mich so schön gebremst hast, freut mich auch sehr. Ja, der T32, ein Panzer, den ich selber sehr gerne mag, ist ein toller Heavy-Panzer, mit dem man wirklich was anstellen kann. Und auch die ganze Reihe, also sowohl der T29, der M103, der 10er, also eigentlich alle. Ich muss sagen, da gibt es viele schöne Dinger. Also den Tech-Tree ist definitiv keiner, wo man sich unglaublich anstrengen muss, dass man da einen schönen Panzer für sich findet. Also wer schwere Jungs mag, also im panzertechnischen Sinn, der wird seinen Spaß damit haben, schätze ich mal. Zumindest geht es mir eben so. So, ich will jetzt hier hochfahren, weil der T32 eine recht gute Gunn-Repression hat. Und da kann man da oben auch schon was anstrengen. Was ich aber sehr kurios finde, ist unser Setup hier drüben, dass da so viele Jungs schon stehen könnten. Also gerade unsere Top-Tiers oder so, oder auch M103, was ich jetzt mit dem 9er dazuzähle, der hätte schon mal mitkommen können. Aber Waffenträger und AMX 50B gleich raus. Das ist toll, das freut mich sehr. So, schade, nicht gekettet. Aber er hat auf jeden Fall gleich schon mal ein paar Hits bekommen. Aber natürlich typisch wäre aus der Fahrt schon mal da den T71 direkt gehittet hat. Und hier am Hügel, lasst euch Zeit. Macht es nicht über, hast jetzt nicht das Game. So, ihr Sex. Oh, so drauf fahren. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So, jetzt hat er sich da... Jetzt muss ich ihm hier einfach ein bisschen Gas geben. Und jetzt fahren wir noch mal einmal drauf. Weg damit. Ja, der war jetzt schön. Der lief gut. Gott sei Dank. Haben wir hier auch noch nicht viel Arty-Trouble bisher bekommen. Sondern schöne Action. Schöne, ehrliche Action. So, wie sie es gehört. Jetzt auf den Indien. Weg damit. Und jetzt haben wir da noch die Jungs stehen. Arty ist keine mehr im Spiel. Deswegen... Wir sind bewegungsunfähig. Der ging nicht durch. Ich hasse diesen Panzer. Er ist einfach so stark. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Unglaublich. Unglaublich. Auch, dass der Patton da... ...hier so kuschelt, statt dass er mal reinfährt. Hat er genug HP? Junge, du hast HP. Wahnsinn. Der Patton ist ein unglaublicher... ...Angsthase. Vorne drauf zu schießen ist einfach... ...unglaublich widersinnig. Wenigstens da auf die Schießscharte kann man gehen. Aber... ...vorne drauf, Session Premium... ...er ist einfach ein Monster. Also der ist mir einfach zu stark. Auf seiner Tierstufe. Den könnte man von der Panzerung her... ...auch ganz klar als Zehner nehmen. Aber... ...die Runde ist vorbei. Und... ...auch der Schaden. Der war jetzt nicht der verhältnismäßig höchste. Aber es war eine schöne Runde. Die hat mir wirklich viel Spaß gebracht. So schnell kann schon wieder so eine Runde um sein. Und... ...wir konnten doch ganz gut was... ...machen. Wir sind mit 1854 Schaden... ...irgendwo hier auf Platz 4. Sind aber von den XP auf Platz 2 gelandet. Und da gab es hier das Objekt... ...mit deutlich mehr Schaden... ...ist deutlich weiter zurück. Das ist doch ganz okay. Damit kann ich leben. Es gab am Ende 6439 raus. Und... Jungs und Mädels... ...ehrlicherweise... ...die Gameplays... ...die Liveplays... ...müssen nicht die Highskill Gameplays sein. Dafür gibt es die Replays. Sondern... ...ich will euch unterhalten. Ich hoffe, das habe ich geschafft. Und wenn ja... ...dann war es schön. Und wenn ihr sagt... ...Gameplay war scheiße... ...dann schaut es einfach nur noch die Replays an. Bis zum nächsten Mal. Euer Ekaramba. Bis zum nächsten Mal.